Hallo Leute, herzlich willkommen beim Minecraft Day. So, in letzter Folge haben wir Bäume geholzt, gepreust, bemäust und das wächst immer noch nicht. Das ist Scheiße. Scheiße und Scheiße. Jetzt kann ich noch... Ähm, was dann? Muss ich mir überlegen, wie machen wir das... Ja, vielleicht ist es schon wieder... Vielleicht haben wir noch ein Sprecher... Oh, 1, 2, 3, 4, 5... Ja, und dann kommt die Frage... Der Universum... Jetzt wird etwas wechseln, aber wir müssen noch ein bisschen weiterholzen. So läuft aber. Machen wir das. Die Videos werden so cool wie immer mit Minecraft. Jeder Video dauert einen Tag mit Minecraft. Die größte Zahl, desto mehr haben wir geschafft. Ich brauche das mehr, weil ich will etwas anderes machen, als ich vorher gedacht habe. Ich habe gedacht, ich mache gleich wie das Haus. Aber was habe ich mir festgestellt, das mache ich anders. Ich war sozusagen im Nebenhaus. Alter, wieso lag die so gewaltig? Ja, jetzt. Besser. Wie viel. Oh. Ich habe das Problem. Ja, ich habe nicht cool. Ich habe blöde cool. Weißt du, bist du cool? Ja, ist gut. Gut. Ich habe das standen. Ich glaube, das wird zu hoch. Ja, ja. Schau mir an. Eine. Passt. Gut. Hier ist noch einer. Wieso leckt das ohne Scheiß? Ja. 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 Das war jetzt das composiert wieder. Ja. Ja. Das lebt so stark. Ja, das ist dot Dal. Nein. Eigentlich ziemlich langfam. Tja. Ja, genau. Hä, obrig. Nehm. Ui. Wirst du Ecke bei mir? Weg von meinem Grundstück! Ja, natürlich ist es Spaß. Ja, genau. Habe ich Erde noch? Ja, habe ich. Gut. 1, 2, 3. Äh, hier noch. So. Mhm, das habe ich. Das kommt hier. Da kommt es hier. Richtig? Ja. Äh, das sollte passen. Schon, nein. Äh, nein. Ich brauche halt das. Yay, I'm played, right? Oh, okay. Ja. Sofie. Okay. Okay, was er mit ihr? Da kommen wir dann mal weg? Okay. Sofie. Okay. Und sofie. Hier. Sofie. Okay. 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 Sorry okay. Aber muss der sein, manchmal muss der sein. Zack, 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 zack. Fertig. Aua, das tut weh. Ich hab mir weh getan, hab ich Bein gebraucht. Na, Spaß, hab ich nicht. So, das haben wir. Das mache ich das. Und ja, wieder ein bisschen. So, das brauche ich so. Wider habe ich so viel in Metall. Ja, hab ich ein bisschen. Aber ich muss noch die Bäume planten. Will ich? Wohl. Muss. Muss, will ich nicht, aber will ich. So, das wird so. Eins, zwei, vier. Und das wird so. Hier. So, richtig. So. Zack, zack, zack. 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 So, jetzt. Das haben wir Platz gemacht. Das ist das. Uah, ich muss alles in der Tat reinschmeißen. Oh ne Scheiß. Ich hab gedacht, ich werde nicht so voll. Aber ist doch. Immer. Voll. Ja, ich hab' das. Ja, hab' ich doch. Ja, kacke. Schlimmer geht nicht, oder? Ah, ne. Das wirklich ist nicht. Ähm. Das weg, das weg, das weg. Das weg. Das weg. Ähm. Hm. Das ist weg, das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das wird wirklich schnell. Okay, passt. Oh, Takti ist gleich schon wieder vorbei. Meine Presse. Ich bin nicht richtig was zu tun, was zu machen. So, ja, ja, man, ein bisschen Fehler, aber scheißegal. Ja, ich schnuppe, schnuppe. Das ist ein richtiger? Ich hoffe, es ist ein richtiger. Hä? Gibt es noch dunkler, oder? Ja, geil, mach mal in den. Aber der Anteil, glaube ich, ist ein ganz weißer, oder? Warte, gibt es die richtigen? Ah, ja, die sind dunkler und die sind heller, okay. Oh, okay. Dann konnte ich die heller nehmen. Ich habe gedacht, das sind von diesen Baumen gemacht. Ja, geil, lass mir. Wie geht das nicht diesmal? Wollt ihr ein bisschen andere Farben reinbringen? Zack, 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 jo, zack. So, so schnell baum mal. Ja, und das ist schon vorbei. Zack, 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 zack. So. 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 Ja, gleich wiesnacht. So. So. Aber glaube ich, diese Folge haben wir ja ein bisschen mehr geschafft. Am letzten. Das ist das. Okay. Wir haben eine schöne Phrase. Ich habe einen E-Nach. Schau mal. Ich habe einen E-Nach. Schau mal. Ich werde das nicht haben. Ich will habe. Nein. Wir haben eine fucking Lacks. Das ist nicht mehr schlimmer. Ach. Das war nur dieses Reck, aber wahrscheinlich bin ich nicht. Okay, das ist fertig. Jetzt gehen wir jetzt die Ballon an. Scheiße, gar. Alter. Ist das so scheiße? Jetzt auf einmal. Ist besser. Ich will über diese fucking Tür reingehen. So Leute, danke, dass ihr euch eingeschaltet habt. Und ja, bis nächstes Mal. Ciao.